Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard One One. Wir sind in der Pyramide des Todes. In der Pyramide des Mondes. Ohoja! Ohoja! Dein Herz schlug lang genug in deiner Brust, Blaustrahlender. Ob du noch strahlst, wenn ich es dir herausgerissen habe? Zichi. Na Zichi. Jetzt bin ich mal gespannt. Viel haben sie jetzt nicht. Wenigstens bin ich als erstes am Zug. Schon mal viel wert. Leute, das wird jetzt was. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Sehr schön. Gib direkt mal eins auf die Mütze für mich. Platsch. Ob ich das hier schaffe. Das sehen wir noch. Ach, ich hätte mir, ja, ich hätte mir schon mal mehr Satüre reinpacken können. Das habe ich nicht gemacht. Schade. Perfekt. Genau so sollte es sein. Plus 30,70. Sehr gut. Aber, wie wir sehen, hat sich hier noch nicht viel getan. Ich hoffe nur, der macht kein Erdbebenzauber, weil sonst bin ich echt gearscht. Das ist so ein Kampf. Den machen wir am besten echt zu zweit, oder? Zwei Endgegner. Na ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Minus 25% Zielsicherheit. Ja, okay. Das werde ich noch verkraften. Aber, wie wir sehen schon, ich habe über 1000 bereits abgezogen bekommen. Ha, hat trotzdem geklappt. Sehr gut. Jetzt kannst du bitte angreifen. Der macht nur das. Elementarklinge. Gibt es jetzt erstmal geschärft. Und, und, zauber. Ah. Betäuben. Okay, okay. Ich hatte gerade im Kopf, dass er mir die Schilde wegmacht. Aber das war diese andere Vieh. Ich habe den Namen vergessen. Na gut. Ich passe jetzt ja sowieso gezwungenermaßen. Hm. Jetzt habe ich kein Schild drauf. Was mich vor dem nächsten Angriff schützt. Also wenn ich diesen Kampf hier relativ schnell ver- Ja, der hier, der hier macht mir doch die Schilde weg. Oder die Klingen. Ich weiß es gerade nicht. Die Klingen macht er mir doch weg. Ja, ich habe jetzt natürlich nichts, um mich zu schützen. Guck mal, wie provokativ der mich ankommt. Das ist doch zum Kotzen, oder? Ja. Nee. Ich gucke gleich mal, ob jemand online ist, weil das ist mir doch dann auch ein bisschen zu blöd, muss ich sagen. Zwei Endgegner auf einmal. Und beide ballern mich hier mit den... Guck mal. Hey, ich habe gerade... Wie viele Runden habe ich jetzt? Ich spiele seit vier Minuten. Ich bin schon fast am Ende meiner Kräfte. Voll scheiße. Wie soll ich das denn hier alles schaffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, mal gucken. Was auch gar nicht weniger als erstes besiegen soll von den beiden. So, das bringt mir alles noch gar nichts. Überhaupt nichts. Der braucht noch einen Gegenschlag. Gut, der braucht noch... Wir brauchen noch mehr Schilde. Ich muss ihn hier wirklich ganz normal vorbereiten. Wie jeden anderen Endgegner auch. Das macht alles schwer. Grinsender Tod. Das Problem ist, dass du mir mal zum Beispiel so viel Lebensenergie wegballern. Ach, jetzt macht er einen Todesangriff. Klar. Ich habe natürlich kein Schild. 688. Boah. Das macht mich aber ein bisschen wütend. Aber es muss hier weitergehen. Aber es muss hier weitergehen. Jetzt noch Wildfeuer. Das wäre toll, wenn ich das jetzt zufällig auf der Hand hätte. Ja, du kleines Sackgesicht. Hast mir das ja weggemacht. Aber Hauptsache, ich habe noch eine plus 45% Eisklinge drauf. Oh Mann. Ja. Sehr gut. Aber der kostet auch... Kritisch sogar. Hallo? Kritisch geblockt oder was? Nee. Blockt der kritisch nicht. Aber es sind nur 330. Okay. Trotzdem, wie wir sehen, es ist schon wieder alles eng. Fuck echt. Der hat eine Falle. Der hat die Falle. Ich habe keine Klinge. Ich müsste eigentlich so vieles gleichzeitig machen. Och, das kann doch nicht wahr sein, weißt du? Es ist doch echt zum Kotzen. Was soll das denn? Immer macht er diesen Mist. Jetzt macht er mir meine Feuerklinge schon wieder weg. Scheiße. Echt. Blödes Sackgesicht. Verdammter Mist nochmal. Wie soll ich das denn hinbekommen? Wenn er das immer macht. Klar, ich könnte jetzt natürlich mit mächtigen Fallen hier arbeiten. Mit gesteigerten Fallen und so einem Scheiß. Mensch. Mist, Kerl da. Gut. Das war's für heute. Ey, ich komme mir überhaupt gar nicht hinterher hier. Ich muss mich heilen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bleibe hier nur am Heilen. Und ich mache mir immer wieder meine blöden Schilde neu. Meine Klingen. Und jetzt habe ich bereits beide Satyr verbraucht. Das muss doch möglich sein. Wenn man nicht eine einzige verfluchte Klinge auf der Hand hat. Pass auf, die beiden Jungs sind schon wieder heiß darauf, mir einen rüberzuziehen. Da habe ich mir wenigstens ein Turmschild. Das war's für heute. Guck mal, mein Haustier war am Schlafen. Ist klar. Kampf auf Leben und Tod. Und er macht Nickerchen. Was bringt mir eine einzige Feuerklinge gleich mit dem Ifrit? Wahrscheinlich nichts. Ich kann's ja probieren. Ich werde's jetzt gleich auch probieren, Leute. Ansonsten gucke ich, ob schon jemand online ist hier um diese Zeit. Boah, müsste sein. Wir haben Ferien. Und wenn nicht... Ach so, jetzt zweimal. Sehr gut. Geh mit dem Schwanz rein. Jetzt werde ich auch noch betäubt. Das wird mir auch keine Chance gelassen, ne? So, dann nützt dir alles eh nix. Das macht der gleich bestimmt wieder seine komische Schlange. Da gehe ich dem aber an den Hals. Toll. Auch kein Schutz drauf. Das schaffe ich doch gar nicht, Leute. Und ich kriege noch Treffsicherheit weg. 269. Leck mich doch am Hörsch. Ich... Das ist einfach ein beschissener Kampf alleine. Das ist natürlich kein einziger online, ne? Kein einziger ist online. Warum steht ihr nicht mal ein bisschen früher auf, Leute? Müsst ihr mal bis in die Puppen liegen bleiben. Tja. Ich meine, ich habe ja noch ein paar andere Quests zu machen, ne? Ach, wir werden das schon noch hinbekommen. Aber alleine könnte es schwierig werden. Hole ich mir einen Gehilfen, der mich heilt? Ob es das bringen würde? Ich weiß es nicht. Ich meine, das könnte ich natürlich probieren, ne? Einfach wieder einen Gehilfen holen. Überleg, überleg, überleg. Überleg, 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 überleg. Soll ich es mal mit Gehilfen probieren? Schon wieder Kron ausgeben. Wenn der nächste zwei Betäubt Versuche hat. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das können wir auch mal reinmachen. Das mache ich auch. Schild der Legion. Ja, wissen Sie, dann mache ich das jetzt wirklich. Okay. Ähm, ich heile mich mal gerade noch ein bisschen. Und dann gehe ich nochmal in den Kampf. Ist ja keiner online jetzt gerade. Bitte, ihr braucht nicht schreiben. Chaos, ich mache den Kampf mit dir. Wenn ihr diese Folge seht, dann habe ich es auch schon längst geschafft oder irgendwas anderes gemacht. Wir werden es beim nächsten Mal versuchen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem wieder dabei. Macht's gut und tschüss.